Hey, langsam. Hey, hey, hey! Jetzt hab ich noch gar nicht nachgeschaut, verdammte Scheiße! Ich hab mir gedacht, da kommt wieder die Informationsbücher. Ja, ich lade jetzt auch nicht neuch. Nein. Das müssen wir jetzt durch. Ach, du bist so. Ein Idiot. Ja. Jetzt muss ich gleich schauen, gell? Ja, jetzt schau ich gleich. Boah. Jetzt geht's noch nicht mehr so gut, gell? Nein. Was ist das für Musik, gell? Romantisch. Das hätte immer vielleicht... War gut, ja. Du hast da nicht was, du hast da nicht was. Ja, boah, ja. Ich hab keine Leute. Ich hab keinen. Kommt die Musik her? Vielleicht gehst du mal normal durch. Du brauchst mal einen Schlüssel, oder? Ja. Ja, das mach jetzt was mich geschrägt. Sie ist fein. Jetzt gucken wir uns aber ein bisschen pimpen, oder? Da. Mein erster Tag als Detective. Eine Partnerin oder kommt schon her? Ja. Myra Hansen ist ein echter Kracher. Seh und geraten nicht. Genau mein Typ, Frau. Aber ich muss aufpassen, dass... Was? Aufpassen. Sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren heißen Arsch angesehen habe. Alter, bitte. Hm? Die Hänzen, die... Dick Hans. Die Erschl. Ja, schön. Schaut's wieder rum. Ich glaub immer, da wo Musik ist... Ist safety. Ja. Ich hab's wieder echt lieb. Prost. Mein Kopf. Ja. Du hast ja nicht mehr so besaufen, Alter. Gell? Ja. Ja. Ist nicht so gut, vielleicht. Nein. Dreh's halt rein in dir. Ja. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Vielleicht können wir dann ein neues Zimmer freischalten, wo wir nach irgendwelche Abwärts umdreffen können. Ich bin gespannt. Ja, da speichern. Ja, da speichern. So, da haben wir gespeichert, du. Ja, es geht halt nicht, Martin. Man muss nicht mal sagen. Schau. Vorher nicht. Da können wir auch rausziehen, oder? Der Kürzere Weg. Ja. So, dann schneiden wir uns da mal an. Wenn's gemachst, hast du auch im Keller, wenn's mal warm hat, gell? Kannst du auch ein bisschen pimpen. Das hat dir nicht schaden. Optisch vielleicht ein bisschen leer. Fitness, oder? Ich weiß es nicht. Ja, das ist vielleicht nicht so verkehrt. Wir leben ist immer nicht schlecht, du. Naja, Nahkampfschaden. Oh, die ist teuer. Dies teuer. Nahkampfschaden. Naja, ich blieb mal mein Leben. Naja, wir dürfen mal. Boah, da tut es nicht. Tja. Und das war's, glaube ich, auch noch machen können. Ah, gibt's sonst nichts. Na gut, wir haben Munition, aber da sind wir immer knapp am Munitionslimit. Ja. Passt dabei, oder? Ja. 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 Das ist dein Service da. Ja. Danke, Wiederschauen. Oh, da schabelt sie. Ja. Ich bin nicht mit Mike. Ja, ich wollte das irgendwas sagen. Ja. Wo ist die Axt? Wo ist die Axt? Wo ist die Axt? Ja, wo ist die Axt geblieben? Gib sie wieder her. Oh Gott. Wo ist der Doktor hier eigentlich? Der ist oben gewesen zuerst. Sollen wir mal aufschauen? Auf. Öffne dich. Das ist gut. Ja, geht rein. Ja, geht rein. Meine Axt hätte ich schon echt wieder gern, gell? Äxelvolli. Aber die haben wir nicht mehr. Schau doch mal, wie die gefälzt. Ha! Da, zack. Jörg mach halt auf. Jetzt einmal fünf Minuten. Links. Vielleicht rast du mal da. Ich drehe am Rad. Ja, drehe am Rad. Tu mal. Er tut ja nix. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Leslie ging durch dieses Tor. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken. Während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Oh nein. Wenn Sie meinen... Toll. Genau das ist das, was ich gerade loosed hab. Scheiß ich doch drauf. Wo ist er jetzt? Ich. Komm doch mal kugeln. Wir kriegen Sie nix. Ja. Abscheidliches Ding. Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Die Briten ja. Wo is'n hier? Na unten wahrscheinlich. Da musst du ihm Feierschutz geben. Was da? Oh ja da. Das ist wahrscheinlich. Wie kam ich so? Hier drüben! Hier! Hier drüben! Hier drüben! Hier geht es lang! Hier geht es lang! Und jetzt? Ich müsste mal runter, verdammte, ich muss ja. Okay. Nein. Also. Oh. 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 War der da? Ja. Ja. Bist du deppert. Geh raus. Statt dass bei der Tür einfach raus geht. Ja. Geh weg da. Ja, sollen wir es nicht ein bisschen machen? Okay. Du. Was gehst jetzt da rein? Schau mal, wo es drin ist. Ja, servus. Weg. Versteck mich da überhaupt nicht, weil es vorbei ist. Was? Wie hängen die da da? Ja, wo weißt du? Irgendwie, die glaubst du einen fließt da in? Weiß ich nicht. Wie lange schaust du schon? Die haben halt da oben auf, oder? oder? Du hast doch irgendwo einer mit einer Raketen, du. Ich würde da nicht reingehen. Komm, ich meine nicht. Aber da hinten ist sicher was du schon zu versteckt hast, du. Schau, sag ich ja. Ach, schön. Martin, ich fühle mich da echt unwohl in der Situation. Ja, das kann ich mir vorstellen. V.a. die Spür ein bisschen unpraktisch steuert. Ich würde da nicht aufregen. Ich würde dann einfach schauen, dass ich durchs Tor durchkomme. Ja, das ist ein bisschen ein Zweck von einem Spür, Martin. Na schon. Wir müssen schon ein bisschen forschen. Jetzt haben wir das Spür. Na ja, das wollte ich jetzt natürlich nicht machen. Ja. Was soll? Was sind die? Schackelding waren, glaube ich, oder? Ah, da oben ist einer. Da ist eine Schackelding. Ja, der Bampen. Was ist da rechts, gell? Nein, da ist keiner. Aber da ist ein Bampen. Wo ist ein Bampen? Da oben. Bombegranate, Alter. Schau, wie kann die Hauball noch zünden? Ja, jetzt nicht auch. Vielleicht brennt dann alles nieder. Das klingt voll was zu Ende da. Geil! Das war super, du. Schau mal da oben, ey. Warte mal, wir mal die Bampen da wegkriegen, ne? Mach mal alles. Oh, die verkackt ist sicher wieder. Tja, voll drauf, du geil. Schau's mit die Augen, was mit mir nicht für siehst. Ja. Naja. Zechst, ich bin jetzt total ein Schärfungskünstler. Dann wirst du auch mit deiner Kenner, gell? Ja, du hast die Kenner, wollte ich jetzt hab' ich alles sehen. Was ist das, was ist denn da für eine Un? Nein, oder? Was sagst du gar keinen? Ja. Leichtig muss irgendwo. Grün. Grün ist gar nicht leicht, oder? Ja. Schau's aus, rot nicht. Oh, Mist da. Kannst nicht nimmer. Voll schon drüber. Ich weiß nicht, was es bringt. Gehnt voll. Ja. Wo ist denn der Heini, oder? Ich glaub, dass das innergrissene ist, oder? Ein Gräberer? Ja, Gräberer, ja. Wie ist das, was ist ein Gräberer? Was grubb da denn? Ja. Lecher. Lecher grubb da. Pass auf, Werner. Pass auf, Werner. Hm hm. Vielleicht ist er da oben, der Gräberer. Ja. Was grubb da denn? Schau her. Schön. Was ist das? Eine Statue. Das ist ein großes Fasseltue. Das muss ich nicht. Vielleicht ist er so bedeppert. Na, schau. Einfach mal draufhauen. Ja. Ja. Zufall. Zufall. Hm. Da muss man ja durchs mit zum Geschreibe, oder? Ja, wir sind in der Kette, nein. Da unten ist er. Ah ja, schau. Gibt's den, glaubst du gut? Ja. Oh, da sind Kisten. Oh. Da gehört der Schlüssel nicht. Mal schauen, wer jetzt hier ist und sie ist. Sicher hier, wenn man ins Gesicht findet. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss schneller machen. Ich glaube, dass hier nichts richtig kommt. Ja, da kommen wir nicht mal hin. Kiff. Das ist auch so. Ja, Kinder. Ja, scheiße. Boah! Boah! Der Schießen ist ja laut, gell? Ähm, ja. Ähm, ähm, ja. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich glaub, den kann man nicht mehr machen. Ich hätte ihn, glaub ich, den auch schützen sollen. Das ist du halt. Ich hab den Hüssen nicht ein, der ist in der Nähe deiner, weil der ist nicht Füß gewesen. Füß! Meistens ist es so, dass ich Schatz zum Schatz ist. Ich muss den Hüssen schnell erledigen. Vielleicht hätten wir da jetzt warten sollen und das nachher anzünden sollen. Yes! Gut, also wenn ich das Spiel auch spielen solltet ich manchmal dann warten und danach anzünden. Die Highpoint, ja. Da haben wir ja was gelernt, du. Ja. Gut, dass wir jetzt gleich noch in die Zone nichts zu kämpfen haben, das glaubt man. Da fühle ich mich richtig wohl, du. Ich will wieder heim. Ich weiß, ob das so schlau ist, dass du einig bist. Ich weiß, ob das so schlau ist, dass du einig bist. Alles an der Matte? Ja. Ich bin jetzt gleich da, straight einlose zu käsen. Los halten, was? Oh, fuck ich! Ja, dann kannst du es reiten. Schnell, 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 schnell! Mach auf! Schnell! Öffne eine Kiste mit einer Zündnis, die Kiste mit einer Fallekiste. Hier kannst du die Falle entschärfen, indem du die Kiste nur leicht öffnest. Oh, weg! Da ist ja Poppen drüben. Ja. Ich bin oben. Achst. Oh, fuck! Ja, wo ist denn den Renner? Ach, keine Gescheiße! Ja, das war sehr was, alter. Ah, das wäre gut. Komm, jetzt ist ein Laufen. Dann haust du es nacheinander um und alles rum. Ja. Das ist der Plan. Ja, das ist der Plan. Ja, das geht. Nein, du Idiot! Ach, scheiße! Nein! Gut, jetzt wissen wir, wie es dann beim nächsten Mal gehen sollte. Ja. Wir machen jetzt einen kleinen Break und werden uns mal ärgern. Also du wärst dich ärgern, ich werde dich auslachen. Oder so. Das können wir dann eher kreativ gestalten. Euch auf alle Fälle noch ein schönes Wochenende. Einen schönen Sonntagabend noch. Und dann bis zum nächsten Mal. Und adios, ciao, ciao und... Servas! Servues! Servas! And I see always in Heaven! Gut, adios, ciao, ciao und... Und Mädels!